Ab dem 1. Januar 2014 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt in Darmstadt-Darmstadt-Nord. Das im Jahr 1996 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 1180 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020